Heute im Test. Einer der spannendsten Schuhe des Jahres 2021 und 2022. Der La Sportiva Equilibrium. Wieso dieser Schuh so begehrt, so beliebt, so spannend und letztlich so eine schwierige Angelegenheit für eine Bewertung ist. Darum geht es heute. La Sportiva hat vor langer Zeit am Bergschuhmarkt ein Problem bekommen. Verursacht wurde dieses Problem durch den Konkurrenten Scarpa. Die entwickelten nämlich den Scarpa Rebell HD. Und dieser Rebell, der wurde am Markt verschlungen. Jeder wollte nur noch diesen Schuh haben. So richtig mithalten konnte da La Sportiva nicht. Sie hatten Konkurrenzmodelle im Angebot, aber irgendwie war alles etwas schwerer oder etwas klobiger, wie der Trango Tower oder Tower Extreme, der Ice Cube und der Trango Cube. Da sollten auch die irgendwie nicht wirklich eine Konkurrenz sein. Geschafft haben sie das dann aber letztlich auch wirklich nie. Bis sie dann beschlossen haben, sie bringen jetzt einen echten Konkurrenten raus, den La Sportiva Equilibrium. Und zu diesem Schuh schauen wir uns jetzt mal die harten Fakten einfach im Detail an. Der Equilibrium kommt knapp 60 Gramm leichter als der Rebell daher, nämlich mit schlappen 630 Gramm. Er ist ein Kategorie C Schuh, also bedingt steigeisenfest. Aber definitiv in diesem Punkt nicht als klassisch zu bezeichnen. Denn er ist deutlich weicher und leichter als andere C Schuhe. Das liegt vor allem an seinem Aufbau. In der Mitte der Sohle kommt Nylon und Carbon zum Einsatz. Das sorgt für ein enorm geringes Gewicht. Und dadurch, dass dieser Schuh auch in diesem Komponenten sparsam ausgestattet ist, bleibt er auch äußerst biegsam und beweglich. Gefüttert ist der Schuh mit GoRatex Performance Comfort. Ein Futter, das sehr dünn und überhaupt nicht aufdringlich, sondern eher schlicht daherkommt. Die Funktionsweise ist aber dennoch gegeben und sorgt auch dafür, dass man in dem Schuh nicht überhitzt. Bei der Sohle setzt man sehr unorthodox nicht auf einen reinen Gummiaufbau, wie man das jetzt von jedem Hans und Franz Schuh kennt, sondern hat hier nochmal zusätzlich einen PU-Schaum als, naja, als Filler quasi verwendet. Dazu aber gleich nochmal im Detail mehr. Den Schuh gibt es einmal als Synthetik und einmal als Leder-Variante. Die Leder-Variante ist hier um 20 Gramm schwerer und hat die klassischen Vor- und Nachteile von Leder. Die Synthetik-Variante ist auch am Markt insgesamt etwas beliebter. Zum Einsatz kommt hier als Obermaterial Nylon 60-6. Das ist sowohl recht resistent für den Synthetik-Aufbau, was Wasser und Beschädigungen betrifft, und gleichzeitig nicht allzu schwer. Außerdem sollte man noch erwähnen, dass Las Portiva bei diesem Schuh auf eine eigene Konstruktion für die Ferse setzt. Von ihnen Double Heel getauft. Das zeige ich euch aber gleich jetzt nochmal im Detail deutlich. Kurz zuvor noch zum Preis. Der Las Portiva Equilibrium kostet listet 300 Euro in der Synthetik-Variante und 330 in der Leder-Variante. Das ist für einen C-Schuh sehr viel Geld. Auch preistechnisch über dem Durchschnitt, auch bei Sportiva. Und was es zu diesem Schuh jetzt noch zu wissen gibt, wo und wie ich meine Erfahrungen damit gesammelt habe, und vor allem, was ich danach jetzt dazu sagen kann, darum geht's jetzt. Aus technischen Gründen müssen wir heute auf den Techniktisch verzichten, aber nächstes Mal beim nächsten Test wird das jedenfalls dann schon wieder anders sein, und es wird ein neues Setup geben. Deshalb heute in dem stehenden Szenario. Wir schauen uns jetzt den Schuh also nur so einmal an. Ich... Ja, es ist anstrengend. Fangen wir trotzdem vorne an. Probieren wir es. Wir haben hier einen Geröllschutz, der vorne, auch natürlich für jegliche Felsabriebe und Co., eigentlich nur dazu dienen soll, die Langlebigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig haben wir hier vorne schon mal eine Naht, die nach dem ersten Mal benutzen, eigentlich schon franzt. Und das ist natürlich ein Qualitätsmangel. Und dieser Qualitätsmangel ist eigentlich... Er ist nicht zu beanstanden direkt, aber unterm Strich kann man sagen, hier werden irgendwann Probleme auftauchen, egal ob man da jetzt mit Steigeisen rumhantiert oder ohne, in welchem Gelände man unterwegs ist. Es ist eigentlich vollkommen wurscht. Das ist eine typische Stelle, wo der Schuh Probleme machen wird. Hier vorne ist er aber tatsächlich weiter oben und im vorderen Bereich recht steif. Er ist hier verstärkt, hier oben an der Oberseite ist er verstärkt, natürlich rundherum mit dem Geröllschutz ist er verstärkt. Das alles macht ihn vorne zu einem recht robusten Schuh. Die Sohle selber ist aber natürlich recht weich und biegsam für einen Kategorie C-Schuh. Nicht zu vergleichen beispielsweise mit einem Trango Tauer, der auch von La Sportiva ist und deutlich, deutlich härter ist. Mit dem wäre sowas wie hier absolut nicht möglich. Schauen wir uns kurz die Sohle an. Die Sohle ist per se eine einwandfreie, ganz normale Sohle. Wenn man das hier weglässt, das braucht eine ganz eigene Sache. Aber der Vorderteil, standardmäßige Vibram-Sohle. Das Profil ist etwas tief, was aber vielleicht auch hieran liegen mag. Denn wenn man sich das hier anschaut, dann fragt man sich ja schon, was man eigentlich zu sich nehmen muss, dass man auf diese Idee kommt. Die Erklärung, die mir das Portiva diesbezüglich liefert, ist natürlich dieses Double Heel System. Double Heel, absolut legitim, denn es ist ja wirklich doppelt so hoch, wie selbst der betrunkenste Produktdesigner eine Ferse designen würde. Deshalb, ja, Double Heel stimmt schon. Die Frage ist nur, warum? La Sportiva sagt selber, wenn man mit diesem Schuh und viel Gepäck, also schwerem Rucksack und so weiter, auftritt und auf der Ferse aufkommt, dann ist die Idee, dass durch den erhöhten Aufbau mehr Energie absorbiert werden kann und dadurch eine geringere Belastung für die Gelenke, für die Wirbelsäule und Co. entstehen soll. Funktioniert das in der Praxis? Ja, es funktioniert grundsätzlich schon beim Abstieg. Es geht also eigentlich bei diesem ganzen System nur um den Abstieg. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass beim Aufstieg sowieso eigentlich fast alles hier vorn stattfindet, bei steilen Bergwegen, am Gletscher und so weiter. Da findet eigentlich, sobald es steiler wird, eh bei einem Schuh alles nur noch hier vorne statt. Beim Abstieg soll dann eben das hier, diese Double Heel Konstruktion, unterstützen. Mein erster Einwand diesbezüglich war, immer schon, als dieser Schuh erschienen ist, das ist Quatsch, weil damit bleibe ich im Zweifelsfall nur hängen, weil ich ja quasi hier diesen erhöhten Aufbau habe. Dadurch stehe ich natürlich auch, dadurch habe ich natürlich ein bisschen eine andere Sprengung als in einem normalen Bergschuh, weil ich muss ja trotzdem, eben dieser Schuh muss ja trotzdem plan aufliegen und plan stehen. Aber hier hinten ist er ja höher. Das muss natürlich irgendwo ausgeglichen werden. Was jetzt aber dazu kommt, was man vielleicht bedenken sollte, ist natürlich, dass dieser Gummiaufbau und auch die PU-Unterspritzung und all das mögliche, dass das natürlich dazu führt, dass hier, weil die ja echt relativ freistehend sind, diese kleinen Blöcke hier, sind zwar nicht komplett freistehend, sie sind schon, zum Beispiel wie hier, mit so einem kleinen Grat verbunden, aber sie sind ansonsten recht freistehend. Und der Gummi von diesem Schuh ist sehr weich. Das ist doch eher unüblich, denn wir haben ein tiefes Profil, ein extrem hohes Profil, aber gleichzeitig einen weichen Gummi. Das heißt, der Abrieb findet genauso schnell statt, wie bei anderen weichen Gummis. Aber gleichzeitig haben wir eben quasi viel, ich sage jetzt mal, viel Spielraum für Abrieb. Das macht das Ganze ja dann wieder unproblematischer. Was aber dazu führt, dass diese hohen Aufbauten sich natürlich leicht biegen lassen. Also wer hier, wenn man hier mal ganz genau drauf schaut, was hier möglich ist, mit minimalstem Druck, also wirklich nicht, dass ich jetzt hier wie Ben Hur dagegen quetsche, sondern man muss da einfach nur ein bisschen Gegendruck dran bringen und schon bewegen sich diese Noppen, also diese Stollen kann man eigentlich sagen, das ist ja eine Stollenkonstruktion hier, wirklich wie von alleine mit. Wo das aber richtig ekelhaft problematisch ist, ist natürlich bei Steigeisen, die hinten einen Kipphebel haben. Denn da muss ich natürlich relativ tight hinten drin stehen, da brauche ich, weil ich ja bedingt steigeisenfester Schuh, da brauche ich natürlich hinten an diesen kleinen zwei Kanten, an diesen Ecken, wo sozusagen der Schuh ins Steigeisen rein soll und hier reinpassen soll, da liegt er hier im Prinzip dann an und macht folgendes, wenn diese Ecke, wie beispielsweise bei dem Petzl-Wazak, das ist ein großartiges Beispiel eigentlich, die Ecke dann hier entlang dieser Ecke oder dieser Kante, dieser Vertikalkante verläuft, dann kann es sein, dass sich der Schuhstollen hier einfach drum herum biegt durch den Druck, der dann hinten durch das Steigeisen, durch den Kipphebel drauf kommt und dann biegt sich das so unangenehm raus und ich sehe es jetzt schon, dass nach ausreichend, nach einer ausreichenden Anzahl von Gletschertouren, genau hier irgendwo mal so eine Gummiecke rausbrechen wird, denn man sieht auch, wenn man das Ding selber in der Hand hält, das ist eine sehr fragile Stelle, sowohl innen als auch außen, die ist gar nicht dafür konzipiert worden, langlebig zu sein. Jetzt frage ich mich aber schon, was soll dann eigentlich diese Kipphebelfunktion da hinten? Macht man noch einen Tracking-Schuh draus, dann wird auch ein Schuh draus, weil sobald es so robust und hart wird, das Gelände, dass ich Steigeisen anlegen muss, da verlieren diese Stollen jeglichen Sinn, jeden egelchen Sinn, denn das macht einfach keinen Sinn, wenn ich im Firn oder so unterwegs bin, habe ich eigentlich genug Dämpfung und Anführungszeichen durch den Untergrund, da hat das sowieso keine Funktion. Es stört in Wirklichkeit nur beim Anlegen der Steigeisen. Und damit bleibt halt einfach nur die Frage, wozu gibt es diese Konstruktion denn dann? Naja, weil er ja auch als Tracking-Schuh verkauft wird. Unterm Strich wird dieser Schuh also für alles verkauft. Also ihr könnt damit wandern gehen, ihr könnt damit tracken gehen, das ist übrigens nicht meine Aussage, das ist die Aussage von La Sportiva. Wandern, tracken, weit wandern, anspruchsvollere Bergtouren, normale Bergtouren, Gletscherüberquerungen, Hochtouren wollten sie nicht schreiben, haben sie sich nicht getrauert, aber sie haben Gletscherüberquerungen drauf geschrieben. Schieben wir es in die Kategorie Hochtouren, machen wir uns hier nichts vor. Hochtouren, also gerade, dass sie ihn nicht für Eisklettern auch verkaufen, das war ihnen dann doch ein bisschen zu dreist. Aber ansonsten wird dieser Schuh wirklich von La Sportiva selbst für alles angegeben. Ja, aber das ist ja nicht so. Also fürs Tracking ist er mir ehrlich gesagt zu viel. Da nehme ich einen Zustiegsschuh, der wiegt nochmal ein bisschen weniger, der ist noch viel biegsamer, denn steif ist er ja immer noch. Es ist ja immer noch in Kategorie C-Schuh. Er ist ja so konstruiert worden. Wozu habe ich als Tracking-Schuh diese Konstruktionsweise? Gut, jetzt könnte man sagen, er ist ein perfekter Gletscherschuh. Dafür ist er nicht perfekt. Dafür ist er stellenweise ein bisschen zu kalt, also bis 0 Grad geht es gut, aber kälter will er nicht. Es ist scheißegal, ob das auf 4000 Metern oder auf 3000 Metern ist, aber wenn es kälter als die 0 Grad wird, dann wird es da drinnen doch schon recht zapfig. Also ist er auch kein perfekter Gletscherschuh? Nein, er ist ja für Gletscherüberquerungen. Entschuldigung, Hochschulenschuh ist er ja keiner. Er ist schon so konstruiert, dass er komplett dicht ist, von vorne bis hinten. Das kann er sehr, sehr gut und das ist wirklich gut gemacht. Aber gehen wir von diesem Punkt des Einsatzzweckes mal kurz weg. Die Sohle haben wir besprochen. Dieser Aufbau ist letztlich wirklich absurd. Schauen wir uns hier noch kurz die Schnürung an. Die Schnürung ist deutlich besser als bei allen anderen Lasportiva-Schuhen, die ich so kenne. Vor allen Dingen bei den leichten Tracking- und Zustiegsschuhen ist sie ja wirklich nicht so gut gelöst. Hier ist das sehr viel besser. Wir haben vor allen Dingen sehr viel besser als beim Trango Tech, der ja wirklich den Vogel abschießt, was das betrifft. Wir haben hier einfach vernietete Ösen. Leider nicht doppelt vernietet, was aber in Ordnung ist, weil es ist ja ein Schuh, der sich nur auf Ultralight-Kunden konzentrieren sollte. Sollte. Einfach vernietet, ist in Ordnung. Sie sind nicht aus Plastik. Das finde ich auch sehr in Ordnung. Aber gleichzeitig sind sie auch nicht blockierend. Sie haben zwar hier der erste, die erste Öse hier, die ist zwar etwas enger, sie ist zu eng für das Schuhband, womit sie quasi abgedrückt werden soll, lässt aber der Zug nach, fällt sie halt einfach wieder raus. Also hätte man sich den Quatsch auch sparen können und hätte einfach eine ganz normale Öse anlegen können, wie da oben auch. Er lässt sich also nicht richtig perfekt einstellen. Kann er nicht perfekt. Aber es ist okay. Es ist absolut möglich. Denn damit kommen wir auch zum eigentlich wichtigsten Punkt der Zielgruppe und der Anwenderklasse. Dieser Schuh ist wahnsinnig weich. Nicht nur was die Sohle betrifft bei einem Kategorie C Schuh, sondern auch was das ganze Obermaterial betrifft. Das Futter, alles ist so weich und biegsam, wie halt bei einem Trekking Schuh. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass die Zielgruppe dafür extrem breit ausgelegt werden kann. Eigentlich ist es ein schmaler Schuh. Aber um ehrlich zu sein, ich habe die breitesten Füße in diesem Universum und ich passe perfekt hinein, weil sie eben alles so ausdehnen, wie man es braucht. Hier ist so viel Spielraum für eine Dehnung drinnen und er gibt das auch einfach vom Material her her. Ergo, es ist so ein Everybody's Darling Schuh. Er wird wahrscheinlich wirklich jedem passen. Einziger Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen Kritikpunkt sehe, wäre jetzt vielleicht die Ferse. Hier haben wir unten etwas breiteren Spielraum. Oben wird er dann relativ schmal. Es ist also so ein klassischer. Ja, es hat auch hinten diese Aussparung für die Hagelund-Ferse. Aber insgesamt ist es doch eher eine sehr pauschale Passform. Er passt sich sehr vielen Füßen ganz gut an. Ich muss es mal wieder ansprechen. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr seid es, glaube ich, schon leid bei den La Sportiva-Videos. Die Verarbeitungsqualität ist, sagen wir, ausbaufähig. Das hört sich einfach besser an als schlecht. Der Gummi, ich habe den Schuh ja die Vase mal angehabt, aber er hat es ja auch schon vorher gehabt. Ich habe leider davor nicht den Schuh abgefilmt, was ich sehr schade finde, denn dann hätte man das auch vorher schon sehen können. Hier ist sehr viel Design und hier ist sehr viel Folie überklebt und so weiter. Lass das doch einfach weg. Ganz ehrlich, das ist doch nur Schwachsinn. Ich weiß, Design geht über alles, Schönheit geht über Inhalt und so weiter. Aber hier blättert alles ab. Der Schuh wird zwei Wochen nach Kauf schon so hässlich, dass es hier hat alles Risse im Prinzip. Zwischensohle ist die ganze, der ganze Verbau ist im Prinzip schon voller Risse, was absolut traurig ist, auch wenn ich den Schuh natürlich in jeglichem Gelände getestet habe, also Gletscher, Fels, Klettern und Bergwege, klassische Bergwege. Die Nähte, die hier hinten verläuft, einmal und einmal hier vorne, wo quasi dieser Teil und dieser Teil hier zusammenlaufen, die sind, wie gesagt, schon ausgefranst und offen. Finde ich auch sehr schade. Hier hinten natürlich auch. Hier hinten wird wahrscheinlich eine Sollbruchstelle sein, weil immer wieder, wenn man den Kipphebel hier hochzieht, wird das wahrscheinlich irgendwann Risse bekommen. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt keine, das ist eine reine Vermutung. Das ist eine reine technische Vermutung. Aber wie gesagt, er hat hier große Risse schon im Material. Ich versuche das hier nochmal kurz zu zeigen. Das ist natürlich, das ist natürlich Wahnsinn. Also, dass ein Schuh hier solche, solche Abnutzungen schon hat und das von einem ganz normalen Gebrauch. Gut, da, ja, also es tut mir leid. Aber das ist eben der Punkt mit der Langlebigkeit. Das ist ein Schuh, der wird alle zwei Jahre ausgetauscht. Maximal. Danach ist halt Schluss. Und das ist halt für 300 Euro ein bisschen bitter. Finde ich. Für euch vielleicht nicht. Aber die Zeit, die ja eben für euch da ist, dieser Schuh, in dieser Zeit wird man tatsächlich mit ihm sehr glücklich, weil er eben sehr leicht ist, weil man mit ihm auf 3.000er gehen kann, im Hochsommer auf 4.000er gehen kann. Und er ist so leicht und gemütlich und die Leute rackern sich ab mit ihren 2-Kilo-Schuhen und man ist hier mit knapp über einem Kilo unterwegs und ist genauso glücklich und vor allen Dingen extrem bequem und komfortabel unterwegs. Die Frage ist nur, in was für einem Verhältnis steht das eigentlich, wenn das Produkt nach, ja, 6, 7, 8 Verwendungen eigentlich erste Abnutzungserscheinungen hat. Ich meine, wir reden hier von einem Bergschuh. Und das ist unterm Strich eigentlich auch das Fazit. Wir reden hier von einem Bergschuh. Man kann diesen Schuh natürlich für alles verkaufen, weil man sich dann unterm Strich auch leicht rausreden kann und sagen kann, naja, er ist ja schon eher ein Tracking-Schuh. Aber wenn der Aufbau ein Hochtouren-Schuh ist, der Komfort und das Obermaterial und das Futter und vor allen Dingen auch die Biegsamkeit etc. ein Tracking-Schuh sind, das Profil ein Tracking-Schuh ist oder sein sollte oder hätte werden sollen, keine Ahnung, was das hier sein soll, dann kann man sich nicht einfach immer auf den anderen Teil ausreden, wenn dann irgendwo Probleme auftauchen. Und deswegen, naja, durchmischtes Fazit und zu dem kommen wir jetzt. Kommen wir also zum Fazit. Der La Sportiva Equilibrium ist jedenfalls nicht das, als was er verkauft wird. Der leichte Gletscherschuh, mit dem alles möglich ist und er perfekt allen Bedingungen standhält. Als das wird er gerne im Einzelhandel dargestellt und deshalb wird er eben auch gut verkauft. Fakt ist aber, die Langlebigkeit und vor allem der sehr begrenzte Einsatzzweck meiner Meinung nach ist dann letztlich doch ein großes Fragezeichen für mich und man sollte sich über die angesprochenen Punkte durchaus im Klaren sein, bevor man hier dann wirklich final zuschlägt. Ansonsten ist es ein Allrounder, der mich positiv überrascht hat. Aber ganz ehrlich, für 330 Euro, und ich meine, der war zu Beginn auch noch ein bisschen teurer, da muss er auch überzeugen. Alles andere wäre sowieso ein Armutszeugnis. Leider steckt in diesem Schuh viel mehr Marketingarbeit und viel weniger echte Überlegungen, wie Bergsport auch gesund funktionieren kann. Die ganz tollen, patentierten Technologien, die sind letztlich nur Kundenfischerei und keine Lösung für wirklich mögliche Probleme. Trotzdem ist er besser als erwartet. In diesem Sinne, wenn euch die angesprochenen Punkte klar sind und ihr die Vorteile trotzdem genießen möchtet, schlagt gern über meine Affiliant-Links zu. Dadurch könnt ihr mich indirekt unterstützen, ohne mehr bezahlen zu müssen. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.